Geht weiter mit der FMI-Sommer-Tour. Jetzt kommt das Gossau an. Nehmt mir Fabio, der heute schon das Rohrschach gebrätet hat, wie verrückt, bei 748 Grad. Lebst du noch? Wie schmeckt es? Ich lebe noch, wie ich schmecke. Du schmeckst wie eine frische Servola. Wunderbar. Wie viele Läden drüber lassen das Rohrschach? Knapp 300 Fleischwaren wahrscheinlich. Steak und Servola. Gut weggegangen. Und jetzt habt ihr aber noch den ganzen Truck voll, oder? Jetzt haben wir noch voll. Es geht weiter. Wir machen weiter. Das Gossau hier vor dem Markthalle. Hier sind schon die ersten, die das Glacé geholt haben. Kleiner Buben und Mädchen, die hier schon früh angestanden sind. Wie heisst du? Nils. Wie ist das Glacé so? Gut. Kannst du sagen, dass Ölnali noch eins holen kann? Ja. Ja. Wir kommen vorbei. Feierabend, Glacé, eine Wurst zu haben. Wir freuen uns. Bis bald.